Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über die Autohandel-Erfolgsformel geschrieben, welche er mit 4,4 Sterne bewertet hat. Ob ihr seine Magne im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Autohandel-Erfolgsformel Review Koko Petkoff im Test Erfahrungsbericht Heute möchte ich euch über meine Autohandel-Erfolgsformel Erfahrungen schreiben. Doch eins kann ich schon mal vorwegnehmen. Jeder der nebenbei und vor allem auch legal etwas dazu verdienen möchte, ist hier genau richtig. Alle Module und Lektionen der Autohandel-Erfolgsformel plus Bonus sowie alle Vor- und Nachteile und mehr findest du in diesem Autohandel-Erfolgsformel Erfahrungen von Koko Petkoff. Was genau ist die Autohandel-Erfolgsformel? Die Autohandel-Erfolgsformel ist ein digitales Infoprodukt von Koko Petkoff, wo einem gezeigt wird, wie man Autos günstig kaufen kann und sie ganz einfach teurer weiterverkaufen kann. Dies funktioniert durch verschiedene Schnäppchen und simple aber geniale Aufbereitung und Trinks. Wer steckt hinter der Erfolgsformel? Die Autohandel-Erfolgsformel stammt von Koko Petkoff, ein erfolgreicher Day-Trader und Trading-Coach. Koko ist im Alter von 26 Jahren Millionär geworden und wollte schon mit 14 Jahren viel viel Geld verdienen. Er hatte viele Nebenjobs, bis er erst schließlich mit 16 Jahren seinem Vater gleichtat und damit begann Autos anzukaufen, sie aufzubereiten und gewinnbringend zu verkaufen. Koko Petkoff sagt, dass er noch nie bei einem Auto Verlust gemacht habe und immer einen Gewinn rausschlagen konnte. Er hatte schon so gut wie jedes Auto zum Verkauf. Welche Module beinhaltet die Autohandel-Erfolgsformel? Modul 1. Herzlich Willkommen, 6 Minuten 22. Der richtige Start, 5 Minuten 7. Das richtige Startkapital und Arbeitsmaterial, 4 Minuten 4. Modul 2. Der richtige Ankauf, 5 Minuten 17. Wo findest du die richtigen Autos? 14 Minuten 37. Verhandlungen und Vertragsanschluss, 14 Minuten 19. Modul 3. Aufbereitung der Autos, 9 Minuten 8. Die Verkaufsvorbereitung, 6 Minuten 21. Modul 4. Der Autoverkauf, 12 Minuten 13. Der richtige Angebotspreis, 10 Minuten 30. Gewährleistung, 11 Minuten 22. Bonusmodule. Glücksschnäppchen, 9 Minuten 35. Betrugsfallende, 9 Minuten 31. Neuwagen günstig kaufen, 15 Minuten 18. Dieser Videokurs von Koko Petkoff bietet einem also über 130 Minuten geballte Informationen über Autos kaufen, Autos verkaufen, Autos aufbereiten, alles worauf man achten sollte und ganz nebenbei auch noch ein kleines Coaching zum Thema Verkaufen. Was du benötigst, um sofort zu starten. Ein Computer, allerdings keine besonderen Kenntnisse, ein Telefon, ein Führerschein bzw. seine Personenführerschein. Meine eigenen Erfolge mit der Autohandel-Erfolgsformel. Nachdem ich den Videokurs gekauft hatte, nahm ich mir am Wochenende etwas Zeit und bereitete meinen alten Audi A3 Baujahr 1997 etwas auf. Ich wollte mir ohnehin ein neues kaufen, also warum nicht gleich mit Kokos Tipps durchstarten. Ich tat alles genau, wie Koko Petkoff gesagt hat und befolgte jeden einzelnen Tipp. Dadurch konnte ich tatsächlich schon in kürzester Zeit einen Interessenten finden und ich habe satte 3500 Euro für meinen alten Flitzer bekommen. Für dieses Modell, aus diesem Baujahr und diesem Zustand ist das wirklich eine Menge Geld. Du musstest jedoch weitergehen, da ich täglich zur Arbeit kommen muss. Dank der Autohandel-Erfolgsformel konnte ich im ersten Monat schon vier Autos wiederverkaufen. Es war extrem harte Arbeit, da ich durch meinen eigentlichen Job schon kaum Zeit habe, aber im Leben gibt es nun mal nichts geschenkt. Geld-Zurück-Garantie. Solltest du innerhalb der ersten Woche unzufrieden sein, kannst du einfach eine E-Mail an den Support schreiben und erhältst umgehend dein Geld zurück, aber ich bezweifle, dass du diesen Dienst in Anspruch nehmen musst. Der Mitgliederbereich Der Mitgliederbereich ist einfach und verständlich strukturiert. Die Videos sind in sehr guter Qualität und falls bei einer Rektion weitere Materialien benötigt werden, findet man unter dem Video einen Link zum Material. Koko Petkoff überzeugt durch seine ruhige und direkte Art. Jedes Modul ist für jeden verständlich und logisch erklärt. Egal ob man 16 Jahre alt ist, wie Koko damals oder ob man 86 Jahre alt ist. Jeder kann es. Er weiß wirklich wovon er spricht und man merkt, dass er eine Menge Erfahrungen in diesem Bereich sammeln konnte. Autohandel-Erfolgsformel Review Ich bin hellauf begeistert vom Koko Petkoffs Produkt und kann es nur jedem weiterempfehlen. Ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt kaufen soll und ob diese Art von Geschäft das Richtige für mich ist. Anfangs kam mir ein Satz in den Sinn, den mein Vater immer zu mir sagte. Ankaufen und verkaufen, da liegt das Geld. Dann habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten aus meinem persönlichen Bekanntenkreis, wovon einer auch gebraucht worden Verkäufer ist und eine eigene Werkstatt besitzt. Allerdings lief es bei ihm nicht so gut wie bei mir danach, da er die wertvollsten Tipps, die Koko Petkoff in seinem Videokurs erwähnt, nicht befolgt. Schließlich habe ich mich dazu entschieden, sie zu kaufen und ich kann dir sagen, dass all meine Erwartungen übertroffen wurden. Die Autohandel-Erfolgsformel kostet statt knappe 2000 Euro nur einmalig 48 Euro und man erhält lebenslang Updates zum Produkt. Dafür, dass ich im ersten Monat schon mehr als 2500 Euro dazu verdienen konnte, ist das wirklich ein Sportpreis. Ich konnte mein Fahrzeug für einiges mehr verkaufen, als ich dachte. Daher gibt es eine klare Weiterempfehlung. Das Beste an diesem Produkt ist, dass man keine besonderen Vorkenntnisse benötigt oder man sich erst monatelang mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Man kann sofort loslegen. Jeder kann es, egal wie alt oder wie jung und egal wie viel Startkapital vorhanden ist. Ich bin der Meinung, dass man Koko Petkoffs Autohandel-Erfolgsformel auch auf andere Produkte anwenden kann. Das Prinzip ist eigentlich überall das gleiche und immer gewinnbringend. Also versuche es einfach selbst und überzeuge dich. Wie sind deine Autohandel-Erfolgsformel-Erfahrungen? Schreibe sie einfach in die Kommentare. Dort bin ich auch für alle weiteren Fragen und Probleme offen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de